Alter, das hat einfach so ein Monster-Buddy. Oh, Justin, der kommt wieder. Im Flug gehauen das. Alter, das ist so abnormal, ne? Ich habe noch nie Platz oder allgemein Dinos geparkt, äh, geparkt, genau, gepaart, muss ich dazu sagen. Hä? Ach, da liegt's, lol. Oh, 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 sechs Sekunden. Und, es schlüpft, es schlüpft. Jetzt ist es geschlüpft. 154 ist er einfach. Komm und. Alter, das hat einfach so ein Monster-Buddy. Das hat einfach so ein Riesen-Körper und richtig kleine Beine, was halt später genau andersrum ist. Kleiner Körper und Riesen-Beine, wenn man das jetzt mal anschaut. Aber der hat einfach schon 150 jetzt als Start-Level, das ist saugut, finde ich. Ich weiß nicht, was der so für Stats hat. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen die Baby-Produktion steigern. Ach, du bist auch schon hier drüben? What the fuck? Oh, scheiße, ich brenne. Shit, ich brenne. Ach, du scheiße, was war das jetzt? Krip. Oh, es hat aufgehört. Was war denn das? Denk mal, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Oh, 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 ich kann jetzt gut, man kann auf jeden Fall gut auf ihn schießen gerade. Äh, sehr hat geklappt. Okay, nice. Oh ne, ich kann ihn von hier nicht scannen. Aber wenn er jetzt hier so blöd, äh, ich glaube, der backt auch ein bisschen fest, oder? Ja. Ah, ne, er dreht sich, er dreht sich, er kommt wieder raus. Ja, er ist auf dich draußen. Perfekt. Ich warte, bis er da ist, dass wir im schlimmsten Fall einmal hitten. Weil ich hab, äh, drei Teile... Nein, der läuft. Hä? Will der mich jetzt komplett verarschen? Der ist kein Top-Ossor. Oh nein, der ist... Ah, er liegt, er liegt, er liegt! Oh, er liegt! Oh, Justin, er kommt wieder. Im Flug gehauen das sie. Ja, ich geh jetzt richtig drauf. Jetzt mach da drauf. Ich seh schon, komm, am Ende töten wir das viel noch. Was ist denn das für ein Level überhaupt? Das ist... Ich hab ein bisschen Angst dadurch, dass er jetzt auf uns Akku ist, dass er dann das Recht zum T-Rex geht. Oh, er ist auf da vorne, ey. Ja, aber er macht ja irgendwie grad nix, ne? Ja, wobei, es rendiert sich nicht, das extra zurückzutun. Na, lieber hol ihm Schneebi um, nachher, wenn wir einen anderen haben. Ja, wir haben ihn! Jetzt der König deiner Haustiere. Wie geil sieht denn das aus? Komm her, du Arsch! Ah, jetzt. Alter, wie es aussieht. Hahahaha. Äh, das haben wir, Fleisch. Oh, nice, Leute, wir haben ihn. Problem ist nur, wir können ihn halt einfach noch nicht reiten. Das ist Basilisk, 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 Basilisk! Oh, shit, da unten, ja. Das ist auch nicht so geil gewesen, jetzt. Okay, lass lieber noch da nach oben. Also, der Basilisk hat die Akku definitiv auf uns gezogen, er hat auch geschossen. Ja. Ich hab's gesehen. Safe kommt der jetzt gleich hier hoch, ich seh's schon kaum. Ja, da ist schon. Äh... Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ähm... Justin? Ja? Wir sind im Kreis gelaufen, das ist unsere Base. Oh. Hahaha. Oh, Mann! Stimmt, ich wollte schon sagen, die Gegend hier kommt mir bekannt vor. Hahaha. Ah. Oh, Mann! Hey! Wir sind echt blöd. Ja, irgendwie schon. Ich hab grad schon gedacht, wir bauen hier so Stein-Foundations mitten in die Landschaft. Das ist... Wir sind unter unserem Baum. Ich hab normal immer öfters welche... Warte mal, ist da drüben sieht nach Piomi aus? Ja, das ist eins, aber es wird grad angegriffen. Oh, scheiße, was machen wir denn jetzt? Sie ist mal weg und ich... Andere Zwiebel, P-Team, genau. Äh, ja, warte, 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 ich kann grad nicht. Nein, ich glaub, das ist gleich tot. Oh, Mann! Okay, ich hab... Ich hab den Barrier und nix. Kannst du mal gucken, ob du jetzt einen Raptor bekommst? Ja. Okay, Xiomia rennt weg, aber wir haben es auf jeden Fall in Sicherheit. Boah, ich hoffe, das rennt uns jetzt nicht gleich irgendwo hin. Welches Level ist es denn überhaupt? Das wäre nicht egal. Mit Friedrich ist es noch besser. 145! Jetzt ist auch noch ein High-Level. Äh. Warte, er liegt, er liegt, er liegt! Ja! Oh, shit, ist das scheiße, er liegt mitten im Wasser. Ich muss gleich die Spikes rumbauen, bevor Piranhas kommen. Geil. Oh, scheiße! Leute, das ist jetzt gar nicht geil. Oh, aber er ist schon ziemlich blutig, er ist ziemlich blutig. Oh, shit, gut, wir haben ihn. Alter, wir haben den 145er getötet. So, ich packe wir uns auf hier oben ja hier oben hin. Ist die Frage, wohin? Stell's einfach mal da so hin. Oh, nice! Ne, ist nur die Pflanze, nur die Pflanze. Was hast du da angebaut? Äh, der Kotter will, glaube ich. Weil es solida Blüten hat. Was ist das, der Kotter will? Hä, lol! Das ist gerade richtig transformiert vor mir. Jetzt, äh, jetzt ist es einfach ein halber Bau. Okay, Justin, ähm, willst du immer mit Stimmbären füttern? Alter, das ist so abnormal, ne? Vor allem die Bewegung dabei sieht so genial aus, ne? Aber wir haben jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr mit Scheiße für Dünger. So, das war's.